Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warum? Weil die Mama in den Mondpalast will Und wenn sie in den Revue-Palast wollen, Ted? Dann würde sie natürlich in den Mondpalast wollen Mama, hat geklappt, wir fahren in den Mondpalast! Was guckst du denn so bedrüppelt? Was weißt du da ganz genau? Ach, ist die Elli immer noch nicht wieder da? Nee, ist sie nicht Das ist jetzt 14 Tage her Ist was her? Dass die sich im Mondpalast weggelacht hat Wir sehen uns beim nächsten Mal! Ja, hier ist die letzte Woche! Untertitelung des ZDF, 2020